Hallo Leute! Es ist wieder soweit. Obwohl es eigentlich nie oft genug soweit ist. Eben. Niemand mag dich. Niemand mag ihn! Hört auf, ihm zu schreiben! Aber die Lutchest ist wieder da. Lutchest, Lutchest, Lutchest. Und deswegen machen wir sie auch einfach auf. Ja. Lutchest. Not linsing! Bist du eine Linse oder was? Bist du eine Bode, du Pflaume. Warum liegt das T-Shirt eigentlich immer oben drauf? Also Lutchest, ihr müsst es mal andersrum machen, weil man sich das T-Shirt rausnehmen will. Oh nein. Das sind Plüschis. Also ich gehöre ja zu dieser Fraktion. Plüschis müssen nicht unbedingt sein. Voll die Katze sehe. Ja, also die sehen so erstmal auf der Packung ganz süß aus. Die sind aus der Spider-Man Marvel Reihe. Mystery Minis Plüschis. Mystery Minis. Ach, die gehöre noch zu Funkos, wollte ich grad sagen. Also das ist ja, als das geglaubt ist, das hier überhaupt nicht lizenziert und wie das so war. Ah, Mann! Jetzt ist sie auf. Ah, toll! Eine stolze Tüte! Ja, geil! Die hab ich mir schon immer gewünscht! Yay! Es ist endlich wieder soweit! Fürchtet euch nicht! Wahr zu Tüte, du schreit sie nach. Es ist aber sogar Spider-Man! Ach, der sieht aber eigentlich ganz süß aus. Der ist voll weich! Der ist aber auch plötig. Ja, also der ist auch so richtig weich. Nicht so... Möchte gern weich. Er ist aber ganz süß! Der hat voll den Zwiebelkopf. Was ist denn ein Zwiebelkopf? Naja, guckst dir an. Ich bin süß! Aber er ist halt... Naja, unpraktisch, weil sein Kopf ist halt... Naja... Schwer. Okay, was haben wir hier noch so drin? Oh mein Gott, ist das geil! Ist das geil! Geil! Ja, keine Ahnung, was das ist. Hier steht Harry Potter drauf. Ich weiß nicht, ich hatte das was... Den kennenlernen. Das ist einfach nur ein Zauberstab. Nein, es ist ein Pen. Ja, ein One Pen. Ein Zauberstift. Ein Zauberblechstift. Ja. Das ist ein richtig helles Köpfchen! Das ist der mit Kappen, oder? Ne, das ist ein... Drehen. Oh, ist der kalt! Oh mein Gott! Er hat sich immer irgendwas getreten. Knack! Oh mein Gott, gib ihn lieber mir. Ich hab Angst. Und so sah er ihn nie wieder. Er kann eh nicht schreiben. Der ist mega geil! Richtig geil! Richtig geil! Wingardium Leviosa! Lumos! Kann ich noch eins rausholen? Nein! Hallo? Ich pikse dich hier! Wie war das noch? Abara kedabra! Ich bin resistent gegen. Ich hätte das aber extra nur noch. Ne, das. Ich glaub das sind Socken. Das ist meine Box! Meine Box! Wann krieg ich denn das Geld dafür? Das sind glaube ich sogar One-Size. Da passen noch niemals deine Quadratlatschen rein. Oder doch? Na doch! Strecken! Arma, es sind Socken von Game of Thrones und Harry Potter! Das fühlt sich an, als wäre das wieder eine Münze. Eine Resident Evil 2 Limited Edition Coin. Also ich muss ja sagen, der sieht auf jeden Fall besser aus als der letzte. Kann man das erkennen? Oh ja, das kann man aber recht gut erkennen. Ich habe das Gefühl, die haben irgendwie meine Sachen. Wenn da jetzt noch mal Supernatural drin ist, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, das ist nicht meine Box. Das ist so, ne? Also, die finde ich ganz cool. Ich weiß aber nur nicht, was macht ihr mit diesen Münzen? Also gibt es die, die jetzt nicht Münzen sammeln? Was macht ihr damit? Also, ich finde die ganz cool. Die ist auch super schwer. Sie fühlt sich auch sehr sehr hochwertig an. Aber was macht man damit? Also, klickt man die an ein Brett? Ne, dann sieht man die Rückseite nicht. Klickt man die an eine Scheibe? Oder an einen Windfaden, ne? Können die sich so drehen. Also, sie sieht echt cool aus. Also, ihr könnt ja sehen, wie gut das geprägt ist. Es ist schon cool und ich liebe auch Resident Evil. Keine Ahnung. I don't know how this is evil. Außer das Shirt. Ausgerechnet das Shirt. Ist das nicht sogar schon mein zweites? Ja. Zelda. Der gute Link steht da irgendwo. Ja. In blau. Und das ganze ist auch Link. Wie? Ach, oh Gott. Stimmt. Ja. Link im Link. Und ja, wie man weiß. Ich spiel keinen Legend of Zelda. Er ist überall. Ja, also ähm. Ja. Warst das schon? Ne, da ist noch. Aha, du hast es rausgenommen. Du musst das essen. Ich hab's vom letzten Mal gegessen. Knisterne Zuckerware mit Kaugummi. Tutti Frutti geschnitten. Tutti Frutti, Tutti Frutti ist geil. Oh, hier ist sogar Harry Potter. Und dann ist da drinnen noch drei Gratis-Previews. Perfekt für Neueinsteiger. ähm, Marvel Neustadt. Ziemlich... Oh, hier. Das sieht voll gut aus. Mega gut, also. Geil. Du gibst dieses Bild und reißt sich das da raus. Eigentlich viel zu schade. Tja. Das sieht mega gut aus. Oh, das ist das Knisterling. Du gibst mir das in den Hals. Hör bloß auf. Er ist nicht der perfekte Eigenpfleger. Das macht nichts. Das wollte ich auch nicht sein. Und jetzt knistert er das erst in den Hals und das ist ein Kaugummi. Haben wir ja auch gemerkt. Naja. Nigga Sonic Teenage Warhead. So sollte unsere Katze erst heißen. Das war voll dafür. Die war voll dagegen. Ich hab's aber selbst vorgeschlagen. Weil er sich das selbst nie merken könnte. Ähm. Ja. Also. Wo sind wir? Das Legend of Zelda Shirt. Was. Also. Keine Frage. Es sieht mega cool aus. Es ist halt nur nicht so für mich. Aber es gehört jetzt mir. Und was hätte 15 Euro gekostet? Der Kugelschreiber von Harry Potter hätte 13 Euro gekostet. Ich find den mega cool. Irgendwo gibt es noch diesen fliegenden Stift. Der so aus. Dieser Besen. Den find ich richtig geil. Den möchte ich auch noch mal haben. Aber der kostet vieles viel Geld für einen Stift. Der Plüsch Spider-Man. Blind Pack. Also es war wirklich tatsächlich anscheinend Zufall. Dass wir. Ausgerechnet. Ja. Wie das eine mal mit diesem Schlüsselabhänger. Wo alle den Fisch bekommen haben. Ja. Stimmt auch wieder. Äh. Ja. Der kostet 10 Euro. Die Socken kosten 5 Euro. Ähm. Ähm. Dieses Heft war gratis. Genauso wie das. Ähm. Das hier. Ja. Und ich würde mal sagen, es ist das erste Mal, dass sich das Plus Teil so gar nicht gelohnt hat. Gerade. Gerade im Vergleich, ähm. Ähm. Zur Get Digital Box. Wo das Plus Teil ja die, ähm, Uhr war. Das, was mega heftig ist. Und auch ein richtig krasses Teil. Ähm. Ähm. Okay. Ist in Ordnung. Aber, ja. Die hätte auf jeden Fall 13 Euro gekostet. Und dann gibt's natürlich wieder ein bisschen was von Shadowrun. Ähm. Ja. Also. Ich muss sagen. Ich fand die Box doof. Ich fand alles bis auf das T-Shirt gut. Das T-Shirt hätte ich gut gefunden. Aber es sind meine Größe. Kannst du über einen Arm ziehen. Ja. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr am besten fandet. Und ob euch die Box gefallen hat. Einen Daumen nach oben. Werden wir auch nicht, äh, verstoßen. Und seit... Das war aber schlecht gereimt. Ich wollte nicht reiben. Lass einfach sagen. Bis zum nächsten Mal. Bye. Klug. gi- Bis zum nächsten Mal.